Willkommen zurück auf meinem Kanal. Kimi Reykjönen wird Ferrari nach dieser Saison nach 8 Jahren verlassen. Das hat er heute Morgen auf seinem Instagram-Account mitgeteilt. Er wird weiterhin in der Formel 1 fahren und zu seinem ehemaligen Arbeitgeber sauber wechseln. Er unterschrieb dort einen Vertrag für 2 Jahre. Im Alter von 21 Jahren begann dort 2001 seine Formel 1 Karriere, bevor er über McLaren zur Ferrari wechselte, wo er 2007 seinen einzigen WM-Titel holte. Er ist bis dato der Letzte, der einen WM-Titel nach Maranello holen konnte. Übrigens, bei einer Online-Petition wollten über 76.000 Menschen, dass der Finne bei Ferrari bleibt. Das konnte man auf der Online-Plattform change.org unterzeichnen. Leider hat es nicht gereicht. Das bedeutet wiederum, dass Charles Leclerc sein Cockpit bei Ferrari übernimmt. Das hat Ferrari offiziell bestätigt. Der Monegasse ist seit 2016 in der Ferrari Academy. Er sitzt erst seit diesem Jahr im Sauber-Cockpit, nachdem er 2016 Meister in der Formel 3 wurde und ein Jahr später das Gleiche in der GP2 schaffte. Bis jetzt hat er im Sauber sehr gute Leistungen gezeigt. Damit haben 11 der 20 Fahrer einen Vertrag für 2019. Wie steht ihr zu Ferrari mit Leclerc und Sauber mit Reykönnen? Haben beide Rennstähle die richtige Entscheidung getroffen? Meinungen wie immer in die Kommentare. Das war's mit den Formel 1 News. Sollte es euch gefallen haben, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben und abonniert diesen Kanal, um keine meiner zukünftigen Videos zu verpassen. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!